Für die Zwiesel und die ganze Region ist heute ein ganz besonderer Tag, denn alle zwei Jahre wird hier die Tradition des Bierauslieferns wieder lebendig. Ja und wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach einem Wagen, den wir beim Brauerei Geschicklichkeitsfahren begleiten dürfen. Das Brauerei Wagen Geschicklichkeitsfahren gibt es nun schon seit 30 Jahren. Ein Ereignis, bei dem die gesamte Glasstadt Kopf steht. Tausende Besucher, prächtig geschmückte Pferde und ein Hindernisparcours, der es in sich hat. Kein Wunder also, dass die Nervosität bei den 14-Fahrern vor dem Stadtschuss groß ist. Sie nehmen hier heute ein Brauerei Geschicklichkeitsfahren. Zahl, auf was kommt es denn noch drauf an? Ich meine, dass man möglichst gut raufkommt, dass man ein wenig Fehler hat und nicht einfach eine Glückssache auch dabei. Wie schwierig ist das? Also wie schafft man das, dass die Pferde so auf einem Herrn? Ja, Ruhe braucht man. Braucht man. Ich weiß nicht, ob es hier hat. Jetzt haben wir hier in Waschechen Österreicher gefunden. Wie kommt man denn drauf, dass man von Österreich bis auf Zwiesel fährt? Wie kann Brauerei Geschicklichkeitsfahren? Wir freuen sich jedes Mal, wenn wir mitfahren dürfen. Also jedes zweite Jahr. Und es ist aber recht viel Spaß und stark trotzdem. Und ja, so kommen wir da raus. Auf was kommt es denn da drauf an beim Fahren? Also wie schwierig ist das Ganze? Ja, also es ist schon extrem schwierig. Man kann nicht wirklich schnell durchfahren. Es geht wirklich auf das Geschick von Pferden und Kutschern, sage ich mal davon, und Beifahrern. Ganz wichtig. Nach dem Startschuss gilt es, den Hindernisparcours mit möglichst wenig Fehlerpunkten zu absolvieren. Dabei müssen die Fahrer Fässer umfahren, eine Holzbrücke überqueren oder einen Wasserlauf souverän meistern. Die Tradition besteht darin, dass das Hindernisfahren hier in Zwiesel ausgelegt ist, wie früher Bier ausgeliefert worden ist. Also früher hat es auch keine Betonbrücke gegeben, sondern nur Holzbrücken. Und die Pferde, die möchten ja den eigenen Hufschlag nicht gerne hören. Also die hören das wirklich ganz ungern. Deswegen ist es auch schon ein bisschen ein Können und auch ein Geschick, dass die Pferde über so eine Brücke gehen. Das haben wir mir nachgestellt. Es hat auch keine Teerstraßen gegeben, sondern alles nur Sand. Wir haben eine Sandbahn in Zwiesel. Oder wenn sie durch ein Bacherl gefahren sind, haben sie auch durchmüssen, die Pferde. Da haben wir mir einen Wasserlauf. Und so eine Hofeinfahrt, Laderampe und so weiter. So ist das aufgebaut, der ganze Parcours in Zwiesel. Zum Durchfahren des Parcours haben die Fahrer insgesamt sieben Minuten. Trotz alledem ist die Zeit hier nur nebensächlich. Das Brauereiwagengeschicklichkeitsfahren ist deshalb besonders, weil es bei uns zwar auch auf Zeit geht, aber absolut kein Rennen ist. Bei uns, sagt der Name schon, geht es auf Geschick und auf den Gehorsam von den Pferden. Auf das Können, was der Fahrer kann, die Zügel am Kutschburg aus, dass er da fährt und die Pferde lenkt. Das Brauereiwagengeschicklichkeitsfahren wurde vor kurzem mit der goldenen Bier-Idee 2018 des Bayerischen Bauernbundes und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes ausgezeichnet. Nicht nur daran zeigt sich, wie wertvoll Veranstaltungen wie diese für die Region sind. Durchgesetzt hat sich letzten Endes die Startnummer 1, Martin Pauli, der mit seinem Wagen der Brauerei Falterbräu Draxelstried unterwegs war. Aber auch alle anderen Teilnehmer können stolz auf sich sein. So, ihr habt jetzt den Parcours erfolgreich absolviert. Wie war es denn? Es war stark, wie erwartet. Aber ich glaube, wir haben es halbwegs gut mitgebracht. Und das ist eine richtige Erleichterung. Und ich glaube, jetzt könnte man da noch nicht drängen gehen. War es schwierig oder andersherr, was erwartet? Es war schwierig genug, ja. Also, es kam was. Also, ich war für mich zufrieden. Und genau darauf kommt es beim Brauereiwagen Geschicklichkeitsfahren doch an. Denn dabei sein ist hier einfach alles. Und schon jetzt freuen sich die Fahrer in zwei Jahren in Zwiesel wieder beim urigen Geschicklichkeitswettbewerb ihr Können unter Beweis stellen zu dürfen.